Willkommen bei Solka GmbH Ihr zuverlässiger Partner in Darmstadt und Erzhausen rund um das Thema Digitaldruck und Folientechnik Egal ob Vollbeklebung, Lackschutzfolien, Beschriftungen und Grafikentwürfen Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand Vom Entwurf über die Produktion bis zur fertigen Beklebung Ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt Perfektionismus ist unser Standard Besuchen Sie uns online im Web unter www.solka-gmbh.de www.solka-gmbh.de